Ihr habt es bestimmt mitbekommen, dieses Jahr ist das Urheberrecht von Disneys Kultfigur Mickey Mouse 95 Jahre nach ihrem ersten Auftritt im Kurzfilm Steamboat Willie ausgelaufen. Das heißt, theoretisch kann man die Figur nutzen und eigene Werke daraus kreieren, zumindest solange dieses neue Werk nicht den Eindruck erweckt von Disney zu stammen. Letztes Jahr passierte genau dasselbe mit Winnie Pooh und nur wenige Monate später erschien der Horrorfilm Blood and Honey. Für 2024 sind nun direkt zwei Horrorfilme mit Mickey Mouse angekündigt. Der erste, Mickey's Mouse Trap, sieht schon mal nach 1A Sondermüll aus und in der Zukunft könnte diese Verwurstung beliebter Figuren weitergehen. 2025 wechselt zum Beispiel Popeye ins Gemeingut, 2026 dann der erste Frankenstein-Film, 2027 verliert Conan der Barbar sein Urheberrecht, genauso wie der allererste King Kong-Film. 2029 folgen Flash Gordon und Donald Duck und richtig spannend wird's dann ab den 2030er Jahren, dann verlieren nach und nach Figuren wie Batman, Superman und der Joker ihr Urheberrecht. Schauen wir mal, ob wir von all diesen Figuren billige Horrorversionen bekommen.